So Leute, ich mache mal eine kleine Ansage. Wir sind gleich in Broadstairs und ich lasse euch dann unten raus, fahr dann hoch zum Parkplatz und warte dann auf euch. Genießt es und habt viel Spaß. Bis später. So, hier sind wir jetzt am Strand hier von Broadstairs. Jetzt mal der Strand hier, die Promenade ist da oben. Ich werde gleich mal hochlaufen und das alles nochmal von oben filmen. Strahlenblauer Himmel, ist richtig schönes Wetter heute. Da liegt noch jemand. Braun werden aber hat Klamotten an. Dass ich nicht lache. Die Wellen sind hier auch schon ziemlich hoch, man. So und das gleiche jetzt nochmal von oben. Herrlich. Ich komme sehr gerne hier hin. So, dann gehe ich gleich nochmal runter hier am Wasser. Wie ihr sehen könnt, ist hier so richtig was los hier. So ein hoher Wellengang. Hier, ach du Scheiße. So, dann gehen we . So, dann gehen wir. Komm, komm, komm. Ha 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 ha!